Der siebenjährige Caden McWilliams lebte unter schrecklichen Bedingungen. Er bekam keine Liebe und verbrachte tagelang in einer Hundebox, bis er schlussendlich von seinen Eltern einbetoniert wurde. Hey Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen True Crime hier auf meinem Kanal. Ich hoffe es geht euch allen gut, schreibt es mir doch wie immer unten in die Kommentare. Heute habe ich euch einen Fall mitgebracht, der mich mal wieder extrem schockiert hat. Ein Fall, der mich so sprachlos macht und ich weiß, ich sage das oft am Anfang meiner Videos, aber es sind wirklich meistens Fälle, die wirklich nur zum Kopfschütteln sind, so so furchtbar sind. Und daher möchte ich euch an dieser Stelle einmal vorweg warnen. Heute wird es wieder einmal richtig heftig, deswegen schaut das Video nur, wenn ihr euch in der Verfassung dafür fühlt. Und mit diesen Worten würde ich sagen, legen wir auch los. Denn heute sprechen wir über den Fall von dem kleinen Caden McWilliams. Caden ist geboren am 20. Dezember 2010 in Colorado. In den ersten fünf Jahren seines Lebens lebte Caden bei seiner Großmutter. Dies war seine Großmutter mütterlicherseits namens Martha McWilliams. Als Caden älter wurde und zur Schule ging, liebte er es von Anfang an. Er war sehr gerne in der Schule, er lernte gerne, er war fleißig und er schrieb auch gute Noten. Seine Leistungen waren wirklich richtig gut und er ging jeden Tag mit einem Lächeln in die Schule. Caden liebte es zu basteln und herauszufinden, wie Dinge funktionieren. Seine Familie glaubt, dass er wahrscheinlich ein Ingenieur oder ähnliches geworden wäre, wenn er noch am Leben wäre. Wieso Caden in den ersten fünf Jahren bei seiner Oma gelebt hat, ist unklar, darüber wurde jetzt nie wirklich berichtet. Aber ich möchte euch einmal ein bisschen was über seine Mutter erzählen. Seine Mutter heißt Elijah und hat im Jahr 2014 einen Mann namens Leland Panky geheiratet. Leland ist auch der leibliche Vater von Caden. Die beiden haben nur viel später geheiratet. Caden war ja 2010 geboren. Nachdem die beiden geheiratet haben, bekam sie auch noch ein zweites Kind und zwar eine Tochter. Ihr Name ist unbekannt, auch um ihre Person natürlich zu schützen. Caden hat ja erst bei seiner Großmutter gelebt, doch im Laufe der Zeit zog er zu seinen Eltern. Wann genau, ist unklar, aber wenn er die ersten fünf Jahre seines Lebens bei seiner Oma gelebt hat, muss es irgendwann zwischen 2015 und 2016 gewesen sein. Denn 2016 lebte er bereits bei seiner Mutter und das wäre für mich das Einzige, was dann Sinn ergeben würde. Es ist aber auch nicht so wichtig für den Fall, Caden lebte dann wieder bei seinen Eltern Elijah und Leland. Am Anfang hatte seine Oma auch noch Kontakt zu ihm und seiner kleinen Schwester. Sie hat immer mal geschaut, ob alles in Ordnung ist, ob es den Kindern gut geht. Doch im Jahr 2016 hat Elijah dann den Kontakt zu Cadens Oma abgebrochen. Es kam zu Streitigkeiten, weil Martha, die Oma von Caden, vermutet hat, dass Elijah von Schmerzmitteln abhängig ist. Sie hat der Familie manchmal Geld gegeben und sie hat vermutet, dass dieses Geld wohl für diese Schmerzmittel draufgegangen ist. Und das fand sie halt nicht gut. Es kam zu Streitigkeiten. Was genau passiert ist, wurde jetzt auch nie berichtet. Aber sie haben daraufhin den Kontakt abgebrochen bzw. Elijah. Elijah, ihr Ehemann Leland und ihre beiden Kinder, Caden und seine kleine Schwester, lebten jetzt also zusammen und niemand hatte mehr einen Blick auf die Familie. Im Jahr 2017 fing es dann auch an, dass die Beziehung zwischen Leland und Elijah immer schlechter wurde. Leland hat angefangen, Elijah gegenüber handgreiflich zu werden. Es kam oft zu Streit. Die ganze Beziehung entwickelte sich einfach zu einer toxischen Beziehung. Elijah litt sehr darunter. Normalerweise war sie ein offener Mensch, der auch gerne rausging und schon kontaktfreudig war. Doch über die Zeit änderte sich dies. Sie ging immer weniger raus. Sie hat draußen mit niemandem mehr richtig geredet. Sie hat auch so kaum noch soziale Kontakte gehabt. Doch Elijah hatte auch einen Job und in diesem Job hat sie sich quasi reingestürzt. Sie war von morgens bis abends im Büro. Sie hat wirklich sehr, sehr viel gearbeitet. Sie hat jede Überstunde mitgenommen. Manchmal ging sie nicht mal zur Mittagspause raus. Sie hat teilweise sogar ihr Mittagessen beim Arbeiten gegessen oder sich halt einfach von den anderen distanziert. Im Laufe des Falles wird es immer deutlicher, dass sie wohl damit versucht hat, ihrem Alltag zu entfliehen. Denn wenn sie nicht zu Hause war, dann konnten Leland und sie sich nicht streiten. Er konnte keine Gründe finden, sauer auf sie zu sein. Sie war nicht in der Gefahr, dass er wieder auf sie losgeht und sie attackiert. Elijah zog sich durch ihren Job also völlig zurück und Leland war zu Hause mit den Kindern. Er kümmerte sich um die ganze Betreuung. Er versorgte die Kinder, wenn man das so sagen kann. Und er war eigentlich den ganzen Tag mit ihnen. Leland hat auch Suchtmittel konsumiert, wodurch seine Stimmung jetzt nicht wirklich besser wurde. Es hat oft ausgelöst, dass er schlecht drauf war und sich dann mit Elijah stritt. Im Mai 2018 kam es dann dazu, dass die Familie ihr Zuhause verlor. Sie zogen alle gemeinsam in Hotels, wo man längere Zeit leben kann. Zu diesem Zeitpunkt ging Caden noch zur Schule und er strahlte immer noch jeden Tag, wenn er zur Schule ging. Er liebte es einfach dort, er blühte dort auf, er war beliebt, er hatte Freunde und auch bei den Lehrern war er sehr beliebt. Er ließ sich nicht anmerken, dass zu Hause er dicke Luft herrscht, dass zu Hause viel Streit ist, dass seine Mutter kaum da ist. Dass er den ganzen Tag mit seinem Vater verbringt, der suchtmittelabhängig ist, immer schlecht gelaunt ist und die Kinder jetzt auch nicht wirklich sehr liebevoll behandelt hat. Doch dann Ende Mai sollte sich das Leben für Caden komplett ändern. Seine Mutter entschied von jetzt auf gleich, dass er aus der Schule genommen werden soll. Sein letzter Schultag war der 24. Mai 2018. Caden war jetzt also den ganzen Tag zu Hause mit seinem Vater Leland und seine kleine Schwester ging weiterhin in die Kita. Sie durfte weiterhin ihren Alltag so führen, ihre Freunde in der Kita treffen, doch Caden durfte nicht in die Schule. Er sollte ab nun von zu Hause unterrichtet werden. Doch dies war jetzt nicht wirklich die Priorität seiner Eltern. Seine Mutter Elijah war den ganzen Tag immer noch arbeiten, sie hatte immer noch diesen Job. Es war eine befristete Stelle, ich weiß gar nicht, ob ich das eben gesagt habe. Aber sie hat diese Befristung sogar noch einmal verlängert und Caden war mit seinem Vater ganz allein zu Hause. Sein Vater hat ihn wirklich sehr schlecht behandelt. Seine kleine Schwester hat wohl nicht so viel davon abbekommen oder mitbekommen. Ihr Gegenüber hat er sich nicht so verhalten. Doch Caden durchlebte wirklich die Hölle bei seinem Vater. Machen wir nun einen kleinen Zeitsprung. Vom Mai 2018 zum Dezember 2018. Am 21. Dezember 2018 ging ein Anruf bei der Polizei ein. Es war Elijah, die die Polizei informierte, weil Leland erneut ihr Gegenüber gewalttätig geworden war. Die Polizei kam zu dem Hotelzimmer von Elijah, doch Elijah und Leland haben zu dieser Zeit irgendwie nicht zusammengelebt. Leland hatte woanders ein Hotelzimmer. Elijah wurde gefragt, wo ihre Kinder sind und sie sagte darauf hin, dass ihre beiden Kinder bei Leland sind. Leland wohnte ja wie gesagt in einem anderen Hotel und die Polizei fuhr auch zu ihm. Die Polizei befragte ihn und unter anderem fragten sie ihn auch, wo denn die Kinder sind. Er sagte, dass seine Tochter in der Kita sei und über Caden wollte er irgendwie überhaupt nicht reden. Er versuchte dem Thema aus dem Weg zu gehen und ja, hat so drumherum geredet. Als er sich dann nicht mehr wirklich zu helfen wusste, hat er dann gesagt, dass Caden bei Elijah ist. Die Polizei fand dies natürlich sehr seltsam. Die Mutter sagt, die Kinder sind beim Vater und der Vater sagt, das eine Kind wäre aber bei der Mutter. Caden's Schwester befand sich tatsächlich in ihrer Kita, doch von Caden fehlte weiterhin jede Spur. Als die Polizei bei Elijah gewesen war, haben sie in ihrem Hotelzimmer entdeckt, dass sie dort Suchtmittel hat. Vermutlich waren diese Heroin und aufgrund dieser Sichtung haben sie eine Hausdurchsuchung beantragt. Bei dieser Hausdurchsuchung haben sie eine Visitenkarte gefunden, die zu einer Lagerhalle gehört. Die Ermittler überprüften diese Lagerhalle und setzten sich mit dem Besitzer in Verbindung. Dadurch konnten sie herausfinden, dass Elijah diese Lagerhalle seit dem 17. Mai 2018 gemietet hatte. Leland und Elijah wurden wieder befragt und da Caden nicht auffindbar war, wurde ihnen erneut die Frage gestellt, wo ist Caden? Die beiden wollten gar nichts dazu sagen und haben sich daraufhin einen Anwalt genommen. Leland und Elijah wollten nun also nicht mehr sprechen, doch in der Vergangenheit hatte Leland einige sehr seltsame Aussagen getätigt. Und zwar hat er am 29. November 2018 gegenüber eines Kita-Mitarbeiters gesagt, dass er froh ist, dass seine Tochter hier in der Kita sein kann und dass sie so Kontakt zu anderen hat, denn sie hätte gerade ihren Bruder verloren. So in etwa hat er das gesagt, also es jetzt nicht Wort für Wort, was er gesagt hat, nur einmal so zusammengefasst und diese Aussage ist natürlich schon sehr seltsam. Außerdem sagte Leland noch zu einer Frau, dessen Name unbekannt ist, dieser wurde nie veröffentlicht, dass sie seine Lagerhalle haben kann, weil er schlechte Erinnerungen daran hat und sie einfach nur loswerden möchte. Das alles passte irgendwie nicht zusammen. Caden war nicht auffindbar, seine Eltern wollten nicht reden, sein Vater hat gesagt, dass sie ihren Sohn verloren haben. Irgendwas muss da doch passiert sein. Und das dachten sich auch die Ermittler und so wurde am 23.12. eine Durchsuchung für die Lagerhalle genehmigt. Für diese Durchsuchung wurden auch Spürhunde eingesetzt, also Hunde, die auch Leichengeruch wahrnehmen können, doch diese schlugen nicht an. In der Lagerhalle war Krempel, wie man sich einen Keller vorstellt oder vielleicht einen Dachboden. Die Ermittler fanden zunächst jetzt nichts sehr auffälliges, doch dann fanden sie leere Betonsäcke. Diese Säcke waren teilweise komplett leer und einige von ihnen hatten noch so Reste vom Beton drin. Außerdem fanden sie auch Wasserflaschen und auf dem Boden war auch so Betonstückchen, dieses Pulver verteilt. Die Ermittler fanden nicht nur diese leeren Betonsäcke oder fast leeren Betonsäcke, sie fanden auch etwas, was wirklich undefinierbar für sie war. Sie konnten auf ersten Blick überhaupt nicht erkennen, was das sein soll. Und zwar sah es aus wie eine Kiste oder eine Box, die in Tüten gewickelt wurde. Diese Box war schon recht groß, also es war jetzt nicht so klein und sie haben angefangen, die Tüten auf der Box oder die um die Box waren, aufzumachen. Als sie dies taten, kam ihnen ein ganz übelriechender, furchtbarer Geruch entgegen. Ab diesem Zeitpunkt haben auch erst die Spürhunde angeschlagen. Die Ermittler hatten nun den Verdacht, dass sie hier den leblosen Körper von Caden finden oder überhaupt einen leblosen Körper. Sie wissen ja noch gar nicht, was sich darin befindet. Und daraufhin haben sie die Mordkommission informiert. Diese kam auch und hat vor Ort alles gesichert. Sie haben Spuren entnommen und sie haben sich natürlich diese undefinierbare Box genauer angeschaut. Ihr wollt ja jetzt sicherlich wissen, was diese undefinierbare Box mit Tüten drumherum denn nun ist, beziehungsweise was sich darin befindet. Die Ermittler waren schon etwas irritiert. Sie haben diese Tüten geöffnet und darin war eine Hundebox. Doch diese Hundebox war mit Beton gefüllt. Fertig angemischten Beton. Also jetzt nicht Betonpulver oder so, sondern irgendetwas war darin einbetoniert. Dieser Betonblock in dieser Hundebox wurde dann geröntgt. Doch dies ergab kein wirkliches Ergebnis. Daraus konnte man nicht schließen, was denn nun in diesem Betonblock ist oder ob überhaupt irgendwas darin ist. Weil diese Methode nicht wirklich was gebracht hat, musste eine neue Methode her und so wurde der Betonblock sehr vorsichtig zerlegt. Stück für Stück haben sie den Betonblock zerlegt und dann konnten sie entdecken, was sich in diesem Betonblock befindet. Sie haben den Körper eines Kindes darin gefunden. Sie konnten auf Anhieb jetzt nicht sagen, um wen es sich handelt. Der Körper war in einem solchen Zustand, dass man das jetzt nicht einfach so erkennen konnte. Und daher wurden natürlich DNA-Tests durchgeführt. Am 15. Januar 2019 kam dann das Ergebnis. Und zwar war es Caden, der sich in diesem Betonblock befand. Caden hatte sehr viele Verletzungen. Man konnte erkennen, dass einige von diesen bereits angefangen haben zu heilen. Das bedeutet, er hatte Langzeitverletzungen und diese wurden ihm jetzt nicht kurz bevor er starb zugefügt, sondern schon früher. Außerdem war ersichtlich, dass er unterernährt war und in seinem Blut fand man Rückstände von Suchtmitteln. Wieso genau diese gefunden wurden, ist unbekannt, ob er diese konsumiert hat, ob er dazu gezwungen wurde oder ob es vielleicht nicht war, weil sie rumlagen oder so, was natürlich auch ganz, ganz furchtbar ist. Aber der Grund dafür ist nicht bekannt. Außerdem hatte er noch Verletzungen am Kopf, an den Extremitäten und an seinem Oberkörper. Er hatte eine rechte Fraktur am Unterarm, die seit 40 bis 50 Tagen geheilt ist. Die genaue Todesursache konnte leider nie herausgefunden werden. Unter anderem wäre es möglich, dass er an einer Sepsis oder einer Infektion gestorben war. Eins ist klar, Caden muss die Hölle durchlebt haben. Doch was ist wirklich mit ihm passiert? Am 29. Dezember 2018 meldete sich dann eine Zeugin. Diese gibt mit ihrer Aussage ein wenig Einblick darauf, was passiert ist. Und zwar war es eine Mitinsassin von Elijah, diese hatten sich im Gefängnis kennengelernt. In Elishas Hotelzimmer fanden die Ermittler ja Suchtmittel, daher wurde Elijah wegen Drogenbesitz festgenommen. Die beiden sprachen miteinander und Elijah erzählte ihr, dass ihr Sohn Caden das letzte Mal mit Leland zusammen war. Danach ist er einfach verschwunden. Zunächst ging die Mitinsassin davon aus, dass dies der Wahrheit entspricht. Doch dies sollte sich ändern. Die beiden wurden sogar am selben Tag wieder entlassen und zwar am 24.12.2018 und die Mitinsassin von Elijah übernachtete bei Elijah. Diese lebte immer noch im Hotel und Elijah und sie übernachteten also dort. Elijah und die Mitinsassin verstanden sich ganz gut. Sie sprachen öfter miteinander und irgendwann erzählte Elijah ihr etwas völlig anderes. Etwas, was völlig widersprüchlich dazu ist, was sie zuerst über Cadens Verschwinden gesagt hat. Sie erzählte, dass ihr Sohn Caden einige Tage in einer Hundebox von ihrem Mann Leland eingesperrt wurde. Auf dieser Hundebox lagen Decken und Caden war sehr warm. Er hatte Durst und er bat darum, zu trinken zu bekommen. Er äußerte, dass ihm viel zu heiß ist. Doch Elijah hat nichts getan. Sie ignorierte es und blieb einfach im Bett liegen. Sie ignorierte, dass es ihrem Sohn schlecht geht. Sie ignorierte, dass er in einer Hundebox drin war. Also, nee, sorry Leute, ey, wirklich. Später, als sie nach Caden schaute, war er nicht mehr am Leben. Sie hat ihn ignoriert und er hat dabei sein Leben verloren. Ich meine, was sind das für Qualen gewesen? In einer so warmen, kleinen, engen Box, ohne Trinken, kaum Sauerstoff. Die Decken da drauf haben ihn ja jede Möglichkeit genommen, dass da irgendwie Luft reinkommt, dass er atmen kann. Für die Ermittler war diese Aussage natürlich sehr, sehr wichtig. Und sie mussten nun beweisen, dass Elijah und Leland dies wirklich getan haben. Dass sie wirklich die Täter sind. Sie überprüften ja die Lagerhalle und sie überprüften auch die Überwachungskamera der Lagerhalle. Auf dem Gelände gab es so eine Überwachungskamera und sie haben sich Videos im Zeitraum vom 17. Mai 2018 bis zum 23. Dezember 2018 angeschaut. Also der Zeitpunkt, ab dem sie die Halle gemietet hat, bis sie Caden gefunden haben. Leland und Elijah waren hin und wieder bei der Lagerhalle gewesen, doch in einem Zeitraum waren sie besonders oft da. Daraufhin wurde Leland erneut befragt und man hat ihn gefragt, wann er denn das letzte Mal in der Lagerhalle war. Leland sagte aus, dass er das letzte Mal in der Lagerhalle war, bevor Caden aus der Schule genommen wurde. Caden war das letzte Mal in der Schule am 24. Mai 2018. Doch die Überwachungskameras zeigen deutlich, dass Leland auch nach dem 24. Mai 2018 bei der Lagerhalle gewesen war. Das heißt, er hat gelogen. Nachdem Caden gefunden wurde, hat Elijah gegenüber der Polizei erzählt, was wohl passiert war. Elijah hat erzählt, dass Caden am 11.07.2018 von Leland attackiert wurde. Elijah schlief zu diesem Zeitpunkt, doch dadurch, dass Leland Caden attackiert hat, wurde sie wach. Sie wusste gar nicht, was los war und sie bekam mit, wie Leland Caden wirklich auf brutalste Art und Weise schlug. Daraufhin brachte er Caden ins Badezimmer und ging dort weiterhin auf ihn los. Irgendwann kam Leland wieder aus dem Badezimmer, doch Caden blieb im Bad. Leland sperrte ihn dort ein. Aufgrund dieses Vorfalls war Caden sehr stark verletzt und in den Tagen nach diesem Vorfall wurde er in eine Hundebox von seinem Vater gesperrt. Leland verlangte es so. Er sagte zu Elijah, sie soll ihn Hund nennen. Außerdem äußerte Leland Elijah gegenüber, dass sie Caden loswerden müssen, dass sie nicht alle Kinder retten können, beziehungsweise beide, die sie haben und Caden quasi eine Last ist. Caden befand sich in dieser Hundebox und auf diese Hundebox wurden auch Decken gelegt. Diese Decken haben natürlich verursacht, wie ich vorhin schon erzählt habe, dass er schwer Luft bekommen hat, dass es sehr warm war. Er bat darum, etwas zu trinken zu bekommen. Er sagte, dass ihm heiß ist, doch seine Mutter ignorierte ihn. Am nächsten Morgen, als sie nach ihm schaute, war er nicht mehr am Leben. Leland versuchte wohl noch, ihn wiederzubeleben, aber sein Versuch scheiterte. Es war zu spät. Caden war nicht mehr am Leben. Und nun mussten sie ihn loswerden, um nicht aufzufliegen. Sie hatten den Plan, Beton zu besorgen, Wasser zu besorgen und Caden dann einzubetonieren. Sie fuhren los, besorgten die ganzen Sachen, haben Caden in dieser Hundebox ins Auto geladen und sind dann in die Lagerhalle gefahren. In dieser Lagerhalle haben sie dann den Beton angemischt und in die Hundebox gekippt. Anschließend haben sie diese Hundebox mit ganz vielen Tüten umhüllt, um den Geruch wahrscheinlich zu vermeiden und haben dort dann einfach diese Box stehen gelassen, in der Lagerhalle. Um die Müllsäcke haben sie auch noch Klebeband gewickelt. Ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin gesagt habe, aber sie haben das Ganze halt nochmal gut verschlossen, damit auch wirklich gar kein Geruch hinausdringen kann. Und das hat ja auch geklappt, denn die Spürhunde haben damals ja auch nicht angeschlagen, als die Polizei da war und die Lagerhalle überprüft hat. Erst nachdem die Box geöffnet wurde, haben sie angeschlagen. Das heißt also, sie haben die Box wirklich sehr gut versiegelt. Elijah wurde wegen Kindersbrauch, der zum Tod führte, angeklagt. Außerdem wegen Mitbrauch einer Leiche. Im Januar 2020 ist Leland ein Deal mit der Staatsanwaltschaft eingegangen. Dadurch wurde seine Anklage wegen Mord ersten Grades aufgehoben und er wurde wegen Kindersbrauchs, der zum Tod führte, sowie Manipulation eines verstorbenen menschlichen Körpers angeklagt. Elijahs Anwalt sagte während der Verhandlung folgende Worte. Es war der perfekte Sturm aus ständiger häuslicher Gewalt, psychischen Problemen und Drogenabhängigkeit. Schlussendlich wurde Elijah aber verurteilt und zwar zu 32 Jahren Gefängnis. Und Leland wurde zu 72 Jahren Haft verurteilt. Dies war für ihn sowie für Elijah die Höchstrafe. Caden's ehemalige Schule erstellte eine GoFoundMe-Seite und sammelte dort Geld. Geld für ein öffentliches Kunstprojekt. In Gedenken an Caden. His classmates even gave their input on the mural that would be dedicated to the smiling boy with a love of nature. Students met with the artist and helped paint the design they inspired. Außerdem wurde geplant, dass eine Bank und ein Baum für Caden errichtet wird. Das Denkmal für Caden war im September 2019 fertig, sowie auch die Bank und der Baum. Die kleine Schwester von Caden kam in die Obhut ihrer Tante. Dies ist auch die Tante von Caden und sie sagte folgende Worte. Ich war im Zimmer, als Caden geboren wurde. Ich sah sein süßes, kleines Gesicht und war sofort wie erschlagen. Als Caden älter wurde, wurde deutlich, dass er eine sehr alte Seele hatte. Er war süß und sanft und seine ganze Familie verliebte sich in ihn. Er war süß und sanft und seine Familie verliebt. Er war süß und sanft und seine Familie verliebt.